Ja, Gökhan, Bruder, was machst du hier, Digga? Karen, Bruder, warte so gottlos auf einen Twitter-User, Mann. Aber warum machst du so ein spitzes Gesicht da, Bibi? Bruder, du weißt, User mit Dragon Ball Profilbild haben immer größte Klappe, Mann. Werde dem so meine finale Form zeigen, Bruder. Aber Gökhan... Bruder, kapacinene, ja? 21. Episode in der Freezer-Saga und du bist weg, Junge. Was? Hi, äh, habt ihr so, äh, Feuerzeug? Aha, Bruder, schwöre, wen haben wir denn da? Bist du Super Saiyajin 3x3? Hä? Was? Nein, das bin ich. Bist du so gottlos auf Mutter gegangen in Fortnite-Chat? Äh, Digga, du weißt, das war nur so auf Witz angelehnt, Bruder, so... Schacke auf nicht ernst, du weißt. Ich fordere dich heraus, Bruder. Äh, Bruder, wie? Was? In OK! Oh, Bruder, es reicht mir, du bist dran, Mann. Ah, weh, T-Shirt, Bruder, hilf mir, Mann. Bruder, ich hab mich gottlos eingeschissen. Pfff, du ehrenlose...